Steck mal ein, lass mal versuchen, den Zug zu finden. Ah! He needs some milk! Was war das für die kleine Miese? Ah! Hallo, du! Willkommen hier zu meinem Haus. Wo wir noch ein Dach hinbauen. Du! 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 I'm low HP, du! Scheißdreck ist das so. Lass mal die Helis nehmen, du! Hey, Kinders! Was geht bei euch ab? Willkommen zur nächsten Folge GTA Online mit Big Whirlin! Hello! Fynners! Oh ja, oh shit! Oh, fuck! Oh, ist das geil! Tschüss! Bei mir fangen da gar keine Zahlen an. Okay, das ist weniger wie viel Fitch. 8,6! 8,6! Wallah! Ich finde... Die arme Frau! Die war glaub ich krank. Ich wollte nur erlösen von ihrem Leid. Oh ja, ich seh's. Die war wirklich krank. Die sieht total verkrampft aus vom Gesicht her. Weißt du, von Entspannung her ist die total schlecht. Oh Gott, die wollen... Wir befahren sich... Oh Gott, die sind die ganzen Fettfrauen. Oh Jesus! Ha! Das ist fast umgefallen! Die ganzen Fettfrauen! Das ist ja fast mein SUV, Alter, zum Umfallen gebracht. Holy shit! Hallo Sir! Hey Sir! Oh! Hat der da grad reingestrollt? Ich glaub schon. Ich glaub nicht, dass das mit den Vorschriften konform ist. Der hat ein Laubbläser in der Hand. Der Bull! Oh Gott. Wo bist du denn da reingeflogen? Wie hast du denn das gemacht? Achtung, ich springe sie auf den Transporter drauf. Oh mein Gott, wird das cool. Mission Impossible! Ba ba ba! Oh mein Gott, Junge! Oh mein Gott! Guck mal da hinten! Ja, der Truck! Ich kann einfach hinten aufsteigen! Let's go boy! Bum, 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 Bum. Auf ein neueres. Bum, 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 Bum. Oh shit! Ich habe nichts gespürt! War das ein Auto oder war das ein Flussgänger? Keine Ahnung. Werden ein paar bitches an-buggern. Hey, Snitch! Gobe ich gehe. Hallo! Ich hab hier nen Range Rover Mansurine. Wie sieht's aus, Mädels? Oh nein, ich muss aussteigen. Du wurdest aus dem persönlichen Fahrzeug von Pyrohead geworfen. Und man sprengt in den Barstand. Ja, natürlich. Natürlich. Baisy mit der Plasia. Ich werde mit dem Brieger nicht so sanft umgehen, weißt du? Der ist ja eh geklaut. Lass mal kurz hier landen. Oh, ich bin unter ihm. Alter, niemand wird unsere Helis finden. Hallo. Hallo, wir kommen hier zu meinem Haus. Wir müssen noch ein Dach hinbauen. Du, 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 du. Ich bin unter dem Sprech. Scheißdreck ist das so. Lass mal die Helis nehmen. Lass mal versuchen, ein paar Huren mit dem Helikopter mitzunehmen. Steck mal ein, lass mal versuchen, den Zug zu finden. Was war das für die ganze Hunde? Get in the chapa! Keine Sorge, man. Machen wir easy. Wir machen wir easy. Ja, das kriegst du hin. Du musst dich, glaube ich, beeilen. Nun ja. Fast funktioniert. Es gibt neue Features im Euro Truck Simulator 2017. Man kann schießen. So. Die Ware ist nun schön kross. Und der Kunde kann sie dann jetzt selbst abholen. Hast du dich schon tot gemacht? Ich glaube, die Ware, voila. Ach, scheiße. Jetzt bist du mein Feind. Das ist ja blöd. Das ist nur für einen. Ja, aber mich schießt, Alter. Mach ich. Du hast gesagt, ich werde dein Feind. Aber ich bin mal gespannt, ob du es bis dorthin schaffen wirst. Ha, ich bin schon da. Scheiße, scheiße. Oh nein, voll das Rammel-Gammel-Auto hier. Fuck, Mann. Das wird Jahrtausender dauern, bis ich da bin. Ist es weit weg? Nach fünf Kilometer. Das ist scheiße weg weit. Und das Auto, was ich habe, ist so stinkelangsam. Denkst du, es jagt dich schon irgendjemand? Ja, ja, ihr zwei. Ich stehe euch auf der Karte. Denkst du, es jagt dich schon jemand? Man weiß nicht, ich sehe, dass du hinter mir fährst. Und der andere ist ganz nah hinter dir. Also, jetzt ficken wir aber gleich den Hut weg. Oh, der hat einen Unfall gebaut. Bauchst du mal noch einen schönen Unfall und dann können wir weitermachen. Scheiße. Du musst mal einen Unfall bauen jetzt endlich. Na, ich war vorsichtig. Safety first. Scheiße, du bist ja schon da hinten. Der ganze Schmerz beim Golfspielen. Ist wieder rausgelassen. Oh Gott, ich bin in so einem Abgrund gelandet. Nein. Mein Auto ist super geländefähig. Das sage ich dir aber im Gude, ne? Der andere mit seinem Aperillo ist hinterher. Abgegeben. Bist du gestorben, oder was? Ja, aber der hat das Spiel verlassen. Naja, das ist so ein Jammerlappen, ey. Jawoll. Oh, okay. Oh, fuck. Ist das in die Pläte, oder was? Wir sind doch nicht käuflich. Und dann glaubst du, da gibt es irgendwie Cash. 3, 2, 1, Penis. Oh. Ich war sofort auf dem Boden irgendwie. Das war nicht geplant. Du bist geflogen, Jesus, Mann. Wie das alles sah. Hocken wir beide im Fahrersitz? What? Bei mir hocken wir beide im Fahrersitz drin. Dude, this is so gay. Don't touch my balls. Oh, mein Gott. Acker fällt, ihr Bells. Ich versuche jetzt mit so einem winzigen Furzauto hier, wahrscheinlich so einem Prius, den Berg zu überqueren. Ja, das ist ein Elektroauto, alles klar. Das wird nicht hinhauen. Alter, ist die Frau jetzt aggressiv gegen mich, oder was? Die alte? Hoppla. Mit dem Fahrzeug aus dem Raum. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein, ich wurde in der Luft getroffen von einem. Okay, ich habe mich mit dem Fallschirm wieder stabilisiert. I'm just fucked right now. Nein, da hätte ich ja drüber springen müssen. For fuck's sake. Ich habe nicht gedacht, dass ich da springen muss. Ah, der Kerl hat einen Unfall gebaut, einen kleinen, aber fein. Ich überhole ihn gleich. Er wollte mich eben aus der Ding rauskicken. Dummkopf. Mach mal in Perspektive, guck mal die Klaus, Alter. Wie die abgehen. Üh. Oh fuck. Fuck, okay. Ich bin geliefert. Oder doch nicht. Nein, dann schaffst du, das ist wieder Lack. Achtung, Blatt. Oh, ich bin wieder Erster. Oh mein Gott, ich habe mich so gerettet. Fucking fantastic, dude. Oh, er kommt da hochgeflogen. Dann dreht er sich einfach, der Kerl. Puh. Ich guck jetzt zu, Alter. Du machst deinen Fehler, ey. Alter, ich fühle mich so unter Druck, wenn du zuguckst. Das geht nicht. Leute, schaut doch mal. Big Berlin. Einer ist einfach überlegt. Also der Einer hast du, glaube ich, überholt. Es ging, Ziel geflogen. Dieser Vollidiot. Alter, da fließt die Kohle, Alter. Gleich 12.000. Heil, der Scheiße. 12.000, Junge. Wildes umherwinken. Bestimmt wieder Jazz Hands. MC Aslak. Stinkende Frau. Kacki B. Sind wir hier bei den Deutschen am Start, oder was? Big Wallin, Alter. Der Gigolo unter den Mitspielern. Bin schon relativ weit vorne. Okay, mit E. Ich bin direkt mit dem Rücken. Bin direkt umgerammt. Scheiße, Mann. Nein. Was ist easy, erste und jetzt so ein Scheiß. Oh, der hat sich einfach rüberschlagen. Wie sieht es bei dir aus, Platz? Super, 10.000. Ach Gott, ich bin 8.000, vor mir fett Kacki B. Irgendeine ist richtig Hardcore explodiert. So gehört sich das. Scheißdreck noch einmal. Nein. Wow. Was war das? Hallo, Bärbo. Hey, hey, what are you doing, bro? Let's go to the McDonald's. Oh, fuck. Purple steht da rum. Oh, nein. Sorry, sorry, sorry. Ach gut, ich hab mich gar nicht getroffen. Bei mir hat's kurz gelegt und ich hab dich bei mir... Oh, no. Oh, fuck. What happened to you? What is happening? You. What? Alter, da kam einfach einer geflogen. Ja, wohl, man. Wir haben Plätze gut gemacht, aber ordentlich. Ah, ja. Das gibt Kohle. Voila. Da machen so viele mit. Boah. Wieder Unfall. Mega Unfall. Ja, ich hab's gesehen. Alter, wie gestört. Wer hat die Karte gebaut? So ein verrückter Professor oder was? Ich aktiviere auf jeden Fall mal die Düse. Ich auch. Ich düse einfach mal nach unten mit der Düse. Ich hab's nicht mehr unter Kontrolle bekommen. Das Ding hat sich wild umhergedreht. Leck mich da mehr. Das ist also die Adorf-Hipster. Okay. Du bist die Big Berlin. Oh, der ist sexy. Big Borle. Big Dick Rick ist an der Stessel. Alter, was ist denn da immer? Ich wurde weggeschubst von einem. Ich hasse dieses Spiel. In diesem Beschleunigungsstreifen hat mich einer wegbeschleunigt aus der Bahn. Wegbeschleunigt? Nein, mich auch. Egal, ich hab da unten kommt Wasser. Ah fuck, du musst eh drücken hier und dass die Reifen aufgehen. Die Wasserreifen. Alter, erst doch verstehe ich. Die Farbe da gerade, sie ist behindert. Damit hast du recht. Ah jo, jetzt bin ich ja noch Vierter. Sag mal, was passiert denn hier gerade? Jawohl, es hat einer da voll die Wunsch voll gebaut. Der ist oben auf das Ding gesprungen und rumgegrindet. Geil. Alter, Ripser fährt wieder neben mir, die krasse Snitcher. Die hat mich voll gerammt. Schon wieder hat sie mich gerammt? Die hat mich an so einer Wünschstelle gerammt. Jetzt krieg ich es nicht mehr so schnell gemacht. Vierter bin ich. Ach du Kacke. Kamer, 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 kamer. Melee, johon. Alter, siebter. What? Der Kerl ist 100 pro Formel im Ziel. Scheiße, Mann. MC Aslak. Euch das schlechteste Stück Scheiße. Okay. Nein! So weit so gut, Kinderlein. Schaut euch die letzte Folge an, die ist bei Big Walden auf dem Kanal. Sie ist auch alles hier verlinkt und abonnieren, favorisieren. Macht's gut, danke schön, Daumen nach oben. Walden, du hast die letzten Worte. Habt's auf jeden Fall Bock gemacht. Schaut vorbei bei den Dings. Und wir werden jetzt hier hinunterspringen und euch einen schönen Abend wünschen. Tschüss. Tschüss. Jetzt will ein Glückspäckchen. Oh, fuck, Alter, voll die Maske aufgeschnitten. Alter, wo ist das? Hey, ohne Felschner. Alter, jede Einzelung. Separiert gebrochen.